ja ich habe auch angst ich möchte ich möchte noch mal erwähnen dass jetzt alle eros weg sind dass jetzt alle maps funktionieren es ist sehr schön ist es war sehr gut dass du die dinge in den chat gestellt hast die workshop inhalte ok wer ist und seine ist keine shotguns mehr haben also ich habe eine also ich würde dir meine shotgun geben wenn du möchtest schön würdest du wirklich ohne mich zu erschießen ja sicher ja wo bist du und bei den bungalows haa haa ich bin gleich in der mitte aber wenn du erschießt mich jetzt dafür ich habe hier ich habe dir meine shotgun gegeben dafür ich habe was gut bei dir ja hast du wirklich ganz ehrlich ich vertraue jetzt mal ja ich werde wahrscheinlich wirst du das ja danke der von dir von dir entschuldigung zumindest hast du diesmal nicht geschossen du wärst du wärst im krieg nicht zu gebrauchen steht und würde sofort erschießen der in der nähe wäre ok ich bin mal schweiler datx gut ok da ist jemand langgelaufen das ist ich bin mal dave 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 n Salih nein waffen weggeschmissen der könig der welt hier guck mal selbst wenn ich nicht selbst wenn ich nichts mehr gesagt hätte wäre ich sofort traiter gewesen die erste die erste option ist treter die zweite option ist tod auf der einen seiten jenny auf hohen hause auf der anderen seiten und red auf hohen hause auf der anderen seiten bei jenny wenn du innocent ist und trader trader und dave der trader dann darf ich ihn abschießen ja ja ich habe ich habe ich hatte eine shotgun aber die habe ich geschenkt jemand hat gerade übrigens auf mich versucht zu schießen will ich nur mal sagen irgendwo von wahrscheinlich ja wo kann sagen warum schießt du einfach auf mich ist gott werden wasser gesprungen oder aufgeschossen werden wir mal schön das freut mich packen dass die ganz gut gehen wir jetzt ja also da wären wir wieder hier leben eigentlich noch alle mal gefragt jenny ok ok jenny ist glaube ich traiter ist jenny traiter ja sie ist es ist nicht offen ich bin mit mit waffen ich hier ist mit waffen und wo hast du jetzt hast du jetzt red kilt okay doch ist wo okay wer ist der andere treter du nein wer lebt noch ich lebe noch ich auch der rest nicht scheinbar nicht okay also jenny jenny ist safe treter das ist klar aber dann gibt es noch einen zweiten das heißt dave oder chi der jeweils andere von euch nix 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 ok jenny ist down die erschossen ich bin mal dave ja 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 ich hatte noch was hat er wirklich glaube ich war er hat in dem moment geschossen also jetzt mal okay chi oder dave einer von euch ist traiter einer ist innocent ne 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 bevor ich jenny's leiche nicht gesehen habe ich schieße ich chi nicht ab ja die ist da oben auf dem dach ja auf dem anderen dach ist jenny die habe ich vorhin abgeschossen ich konfirme sie mal eben oh ich hasse euch alle wenn jenny jetzt tot ist dann schießt ihr mich wieder ohne grund ab es ist so nirgendwo jenny ist tot ich habe sie gerade erschossen das habe ich doch jetzt schon dreimal gesagt und sie ist bestätigt dann ist es dann ist es chi ja also ich bin es nicht weil ich habe jenny gerade abgeschossen ja chi brauchst du nicht mehr und red ist hier oben auch habe ich auch bestätigt der war innocent das heißt einer von euch beiden und ich habe keine ahnung wer es ist also könnte ich gerne gegenseitig erschießen bist du noch bist du schon tot äh ne geht mal vertraust du mir geht mal ich vertraue keinem von euch beiden ja ich bin ja schon die ganze zeit hinter dir tun ja ok er hätte mich jetzt einfach erschießen können weil er hat er ist auch keine bekannte taktik oder so naja gut aber ich sag mal die tatsache du weißt ja ohnehin das wirst ist ja definitiv dass er treter ist und warum sollte ich jetzt euch ein von euch beiden erschießen ihr könnt euch gegenseitig erschießen weil wenn die zeit abgelaufen ist habe ich eh gewonnen genauso wie der andere innocent der noch lebt und die die schon tot sind und ja es ist das ist logischer das heißt einer kriegt gerade ein bisschen schweißperlen auf die stirn glaube ich und ich glaube nicht dass sie schon wieder runter gekommen ist Jetzt schie entweder du oder ich Wer prooft sich Red Was war das denn Oh, hängt auch gar nicht mit der Waffe What the fuck Alles klar Alles klar Aber Jenny, es war genial Ich hab dich die ganze Zeit abgesnipert Auch als der Spider schon sagte Er schießt auf dich Ich hab dich die ganze Zeit abgeschossen Aber ich hab mehr oder weniger Spider als Köhler benutzt Das war eigentlich gar nicht so schlecht Dadurch hast du keinen Aim auf mich bekommen Tut mir leid, Spider Aber letztendlich haben wir beide gewonnen Ist das wirklich ein Sieg, wenn du tot bist Es ist ein Sieg für die Gemeinschaft Ja, wirklich What the fuck Warte mal, wie war das noch Ist ein bisschen sterben map unfassbarer lex wer ist es die hallo ich war auf der anderen seite und ich glaube so cool ich konnte niemals so genau okay und speiler sind hier oben die wand brennt das haus ist auch in die luft ihr jungen der falsche dialekt ich bin hier hallo hinter dir bin gerade ganz spannend in die kisten sind auch eigentlich darauf wollte aber ging nicht genau ich muss kurz meine haare aufziehen deswegen bewege ich mich gerade nicht ich ziehe einen haare auf ich hab mein hörnchen haare mit dem team alles klar das ist natürlich jetzt ungünstig bei uns alles klar gut dass du kein ich helfe gott alter der war kommt bei mir irgendwo ein zug wo denn wo meint ihr das ist ja eigentlich los wird jetzt alle tot woher ernst man kit mal was soll denn das andauer also drei habe ich schon mal die dave und speiler das heißt jetzt ist doch der red und die jenny da und einer von den beiden ist natürlich auch traitor aber wer weiß das ist das schon er hat man fick dich freundchen so nicht komm rede mit mir jenny du bist trete rede mit mir ich bin nicht du bist die letzte überlebende ich habe hier vier leichen vor mir du bist die letzte ja dann bist du es ich habe gerade kitt mal gekillt warum sollte man einen traiter kollegen kippen also verarschen brauchst du mich nicht ja weil dann liebt noch irgendjemand nein das eben nicht und ich habe ein bummerang für dich kann sich der kippe bedanken wo bist du ich bin da wo du nicht bist vergisst dass ich weiß dass du von irgendwo wie das bleibt und habe keinen bock darauf wird auch an kein fenster piken ich bleibe mein zimmer ich kann die sechs minuten gerne abwarten also muss es dir gar nicht so schwer machen wenn man hat so ein radar jetzt ist gar nicht mehr so schwer gemacht wow gesagt gut schön dass er ein bummerang hatte ich war erst bestimmt bisschen du hier hallo wann abwarten 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 aber wo schade ja lustig aber eigentlich eigentlich war es gar nicht mal so schlecht dass ich den falschen chat gewählt habe damit habe ich den weg für dave frei gemacht aber der fette eigentlich sterben müssen ich habe den bummerang direkt auf ihn geworfen und ich bin selber gestorben gibt es kann daneben geflogen sein abgeprallt und dann auf dich nenne ich habe ich habe einen bummerang geworfen ich habe auch einen geworfen du bist am meisten wir haben beide dann war wahrscheinlich anlackt boomerang boomerang also noch mal u ist traiter chat mit u kannst du schreiben mit mir was macht er schreibt mit y weiß ja ich habe gedacht das ist was ich vertippte wolltest du schreiben haben mich du kannst du schreiben mit mir ja ich weiß nicht wir waren das zeitdruck gut dass du nicht beschrieben hast das machen wir dave ja das war wirklich gut warum kann ich diese waffe hier nicht aufnehmen danke komme ich immer wieder bei dir an ist es ist es ohne haus da immer von anfang aus exploded also hier ist eine waffe die ich irgendwie nicht aufnehmen kann also ein waffentyp habt ihr das auch was du hast du die hast du die kisten gibt kaputt gemacht damit wir da nicht hochkommen kannst du dir ich mache alle kisten kaputt rauchgranate geworfen das ist sehr verdächtig oder ein fahren lassen eins von beiden ja das ist ja das ist ein paar mehr sind für uns allein genug für uns alle da ein bisserl frame ich habe in meinem leben auch schon mal genießt so ich habe in meinem leben auch schon mal genießt aber ich kann ja was machst du was machst du was machst du was machst du jenny wurde gerade gefunden aus versehen diese 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 entschuldigung in deiner stimme ich habe sie aus versehen gekillt ich habe auch gesagt von wegen dass ich bin das disco vorbeikomme noch mal und bei mir ich bin ich kann vegane zitronen kekse essen ja gegen zitrone bin ich nicht allergisch und gegen normale zutaten bin ich normalerweise auch nicht allergisch normalerweise das ist alles lecker ich sage es ist das musik gewesen das ist mein klo ja auch schon mal genießt aber das klingt im vergleich zu dir ich mag lautes niesen nicht aber leises sind so toll oder ich habe keine schreck immer wenn jemand laut ist diese übertriebenen leute die einfach so und dann einfach wo die wände wackeln schon ähm lebe es wo sind die schüsse was hat denn einfach geschrien heute geschrien red ist es ich bin aber nicht gewesen wirklich nicht ich auch nicht ich bin hinten im gebäude wo seid ihr gerade im gebäude hinten bei dem wohnen wo man aufs dach kann es gibt zwar nicht bei dem wo man in die die kisten reingehen wartet mal ganz kurz vor wegen ich glaube muss nicht unbedingt sagen dass kidpa tot ist sondern irgendwie wie das schon wieder so ein bullshit gemacht ja gut scheiß melone lefte check intolerant du ich kann so nicht gehen oh ich glaube die irgendwer ist bei mir noch herinnen irgendwer ist bei mir noch herinnen wer stößt sie gerade tot woher hin in der bildigen wo man es vorher oben dürfen ok da bin ich bin genau dem anderen und ganz weit weg von euch naja wir sind auf einer abgeschlossenen insel wo man nicht runter kann ich glaube du bist nicht so weit weg wer ist gerade bei euch ist einer von euch in den großen gebäuden drin ja ja ich bin den großen im arm großen gebäude ich auch ich gucke die anderen fenster raus weil man nicht aufs dach kann kurze frage doch du bist gerade in den rechten gebäude drin mit dem breiter gezogen oh mein gott ähm da wo das hause explodiert ist ich weiß nicht wo das das ist rechts ja äh kurze frage warum klebt denn der blut in der wand ja eben das ist das ist ich weiß dass da gerade geschossen worden ist und irgendwer stößt sich da tot weil da klebt blut in der wand und wo die andere leichten ist die da vorhin zieht weiter mit kürz er ist denn da wer immer da ist you date ich trau mich mal wieder raus wo aus dem gebäude wo blut am eingang klebt wer ist das davon red 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 ich bin ich weiß ich sehe halt nicht unbedingt innocent aus aber weil ich Jenny aus Versehen gekillt habe ja wer 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 ist denn Kidma ist tot Kidma ist for real ist tot glaube ich warte mal Kidma ist tot Jenny ist tot das heißt und da drüben liegt der es ist der Dave der Dave hat vorher geschrien Kidma ist es Dave hat vorher geschrien Kidma ist es der war bei mir im Haus doch konfirm mal kurz wie bist du schon Kidma gestorben ist äh warte wo bist du du musst du musst mir kurz du musst mir kurz weg von irgendwo einfach mal bitteschön Kidmas Leiche konfirm mit was er gestorben ist ja ich will nur nicht dass du warte mal kurz ich bin weg ich bin nicht da Kidma ist ob wir es leider wäsch warte der Dave was welche warte wo ist die boff da warte mal AK47 AK47 hat der Dave vorher auch nicht gehabt der Dave hat fix auch nicht gehabt der Dave ist der Dave ist nicht tot vor allem liegt der unidentified body den ich hundertprozentig nicht confirm weil das ist der boom body da liegt kein Blut bei dem und der Dave ist nur irgendwo bei mir in der Hood das heißt theoretisch auch wenn es vielleicht blöd klingt Ichigi oder du sei es vielleicht noch aber potenziell auch wenn es für mich blöd klingt vorwiegen dass ich Jenny gekillt habe aber ja es kannst du genau so gut wie du sein wo ist gerade der Granaten explizit äh weiß ich nicht schicken sie geht quasi jedenfalls nicht ich glaub das war schlimm nein ich hab's schon wieder wenn es sterben gehört warte mal das ist ich hab's da grad schreien gehört ich hab's da grad mit mir schreien gehört ich weiß glaube ich in welchem Raum er drinnen ist ich trau mich nur nicht rein das Ding ist voll weg ich weiß halt nicht auf die beiden einfach sagen ist so die Sache ist ich kann warten Dave also du musst rauskommen und mich mit dem Zug abschießen wahrscheinlich ich confirm halt hundertprozentig nicht den Buddy der Buddy da mh mh na das Ding ist ich vertraue noch nicht den Kidmer Buddy da ich bin mir noch nicht so sicher weil das hat er schon öfters gebracht ja aber beim Kidmer Buddy ist helle Latter Blatt und da hinten beim anderen unidentified Buddy dort ist überhaupt kein blöd Chee belebst du noch? Chee hält jetzt auch die Klappe alles klar Doc äh was ich weiß nicht mal wo Chee ist Chee war am anderen Haus glaub ich oben es sind es dann sind's Dave und Chee weil ich hab Chee jetzt nicht mehr gesehen ich hab keine Schüsse gehört ich weiß nicht wo du bist und ich weiß dass Dave unter mir ist unter dir ist mhm ich weiß hundertprozentig da ist wer drin ich hab grad noch mit dem sterben gehört Dave wo bist du? Dave komm raus you literally slut you stupid little bitch komm her I swear to god hab dich dir aufgemacht Dave? der ist tot Dave jawoll woran ist die Klappe gestorben? ich hab mich gerade gar nicht bei dir selber gekillt bist du ertrunken Chee? der Traitorraum ist totaler Rotz Dave ich hab's gewusst ja aber ich war in einem anderen Raum ich hab da drinnen ein Radio platziert und ich hab die ganze Zeit nur gehofft weil du die ganze Zeit vor der Tür lang gelaufen bist du läufst die ganze Zeit im Visier von Dave rum und er schießt wahrscheinlich nur nicht weil du die ganze Zeit immer hier und her gelaufen bist ja ich bin auch im Kasten drin gewesen vollne Zahl vollne Zahl haukens war cool aber die ist riesig ja und oh god wir werden zu laut heaven oh god heaven na nö das sieht schon auf dem Bild so komisch aus oh god yes du hast dann wieder mein Place möglich bis zu Dave ey warte mal das ist die Map wo es keine Waffen gibt ja das ist eine Map wo es keine Waffen gibt ah I remember the way up to heaven ah aber macht Sinn ne im Himmel keine Waffen wow sich hier erfüllen hey warum gibt's im Himmel ein Ballzimmer stimmt das war die mit keinen Waffen okay dann brauch ich nochmal ne Zahl sieben elf Hogwarts zehn ja mach 10 mach 10 ich kann leider nicht ich kann sie leider nicht lesen sorry obwohl es gibt ne Waffe bei was bei 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 sorry es ist auch das ist leider zu klein geschrieben das ist zu klein geschrieben das ist zu klein geschrieben